Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4 und heute hab ich mal wirklich ein Special und zwar der Weg zur geheimen Mine mit Abstand der mysteriöseste Ort in ganz Grand Theft Auto 5. Es gibt diesen Ort, es ist nicht dieser Mythos, der mal erzählt wurde, sondern ach ich fahr euch einfach mal hin. Dann zeig ich euch auch den Weg, wo es zu dieser geheimen Mine geht. Ich bin jetzt irgendwo in der Pampas, da hinten ist da ein Chiliad. So, und hier hat mich der Wegpunkt hingebracht. Jetzt schauen wir uns hier mal um und schauen mal ob sie auch die geheime Mine gibt. Ihr seht nichts. Das heißt, wir müssen eins runter. So. Ah. Mann. Und ihr seid da. Die geheime Mine. Und was an dieser geheime Mine so besonders ist, weil das muss ich euch auch noch etwas, muss ich auch noch erzählen. Ähm. Wir machen ein bisschen mal den Passivmodus rein. Ihr könnt in diese Mine rein, aber nicht einfach so, sondern ihr müsst erstens mal euren Passivmodus entfernen, wenn ihr noch den Passivmodus drin habt. Die geheime Mine befindet sich hier. So, jetzt könnt ihr auch das YouTube Video stoppen und dann nach der Mine suchen. Ich zoome jetzt hier mal ran. So, noch ein bisschen höher. Aber wir wollen ja hier rein. Ich habe mir Sticky Bombs besorgt. Au. Es ist auch mein erstes Mal, dass ich hier in diese Mine reingehe. Das ist 100% blind. So. Jetzt gehen wir mal hier rein. Es ist total dunkel hier in dieser Mine. Aber wir können ja mal für Licht sorgen, indem wir mal hier ein bisschen schießen. Der Schacht ist, glaube ich, sehr, 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 sehr groß. Hier haben wir jetzt ein bisschen Licht. Und der Schacht ist natürlich unheimlich, weil ich jetzt nicht weiß, wo es lang geht und wo er mich hinführt. Auf jeden Fall wisst ihr, wo dieser Schacht ist, weil jetzt wundern sich die Leute, die Spieler. Wo ist denn der? Wo ist denn der Typ? Die suchen jetzt oben nach mir, wenn jetzt oben jemand wäre, mit dem Flugzeug, mit dem Helikopter. Das ist das beste Versteck gegen die Polizei. Wirklich, das beste Versteck. Es gibt kein besseres. Und wenn mal ein Fahndungslevel auf euch ausgesetzt ist, oder ein Fahndungslevel von jemand anders, und ihr wundert euch. Hä? Wo ist denn der hin? Ja, dann schaut mal in dieser Geheim... Ah! Achso. Ich dachte, das war Slenderman oder so. Das ist ja nur so ein Seil, Alter. Alter. Schneid mal raus. Okay. Ja, das war's auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Euer 2Games.com auf der Playstation 3. Das ist die geheime Mine. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ähm, ob es hier noch weiter geht? Nein. Weiter geht's nicht. Aber es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Die geheime Mine. Ich bin im Felsen drin. Hammercool. Ciao. Und bis dann.